und guten morgen tiger und moin tiger morgen also naja guten morgen um 13 22 sagt auch selbst schutz schon nichts der run fängt an ich bin dann raus bist du wirklich uhr hoffentlich sind pro teils von broadway ich hasse euch dafür so katholik oder er ist sehr gut eliminiert blut bravo er dass du auch going to kill video spielen ja damit wird die wieder Alie macht was du machen möchtest Das ist erstmal richtig, das ist ja nicht mein Problem. Äh, ja, die Blues Brothers im Prinzip wollen wir hier von dem grünen whatever das ist, Blob, nicht getroffen werden. Äh, what? Ach so, doch, das war das 8 Level, das war ein kleiner Death Warp, okay, das war wirklich gerade mal echt ein bisschen unexpected, wenn ich ehrlich bin, haha, nice, der Hund war cool. Ich muss zugeben, dass mich das alles ein bisschen gerade an Megaman erinnert, das erinnert sehr stark an Megaman auf jeden Fall, gerade mit diesem vertikalen Leiter noch, ja, okay, ist der Hidwarps nicht, ich hab keine Ahnung, weil, das ist ja kein Death Warp, er stirbt ja nicht, er hat ja, wenn er um recht zu tun hat, er hat ja bloß getroffen, ne? Ja, jetzt sind Hidwarps. Ja. WTF? So, jetzt hat er noch einen, ne, hä? Du bist ein wenig durch den Wind gerade, kann das? Ja, also dieses Game ist so, what, hä, warum? Weil der Hund einfach mal sick ist, der ist wirklich, der Hund ist super. so. So, diese Stage ist, äh, routet, um die Schmerzen perfekt zu nehmen, damit wir keine Lebens verlieren, und es ging ziemlich viel. Er macht ja schön ein paar, paar, ähm, Damage boost solche Gegner durch, seine, seine Leben sieht man oben links und seine Energie. Genau. Oh, ich bin bereit für die Jumps. Ich bin immer noch am überlegen, wann diese Stellen im Film vorkamen. Ich habe mich, glaube ich, gerade als unkultiviert geoutet, oder? Ja? Okay, gut. Du hast mich wirklich gefragt, gab es dazu einen Film? Doch, habe ich. Ich würde es auch wieder tun. Es gab zwei Filme. Really? Oh, ja. Wow. Oh mein Gott, dafür gehörst du wirklich gekickt. Ich weiß genau, warum ich dir das weggenommen habe. Als ob ich so unprofessionell wäre und das machen würde. Ist das jetzt eine rhetorische Aussage, oder? Okay, ja, stimmt. Ich finde die Röhren lustig. Ich, ja, diese Röhren sind sehr merkwürdig. Ja. Vor allem sind sie so unnötig eigentlich, ja, so ein bisschen. Wenn du den Film gesehen hast, dann wirst du auch wissen, was das Ziel ist. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Spiel ist, weil das Spiel scheint nichts im Ähnlichen damit zu tun zu haben, was die Filme beinhalten. Wirklich gar nichts. Wir haben auch etwas annähernd, was daran erinnert. Außer der gleiche Name. Okay. Ich gehe eher davon. Mein großer Tipp ist, dass er halt ins Musical zurückkommen möchte. Oder irgendwie sowas. Naja, sie wollen, also im Film wollen sie eigentlich ihre Band zurückholen und Spenden sammeln, das heißt Spenden sammeln, Geld besorgen, um ein Waisenhaus am Leben zu halten. Da möchte er bestimmt jetzt zur Bühne. Das ist mein Tipp. Wahrscheinlich, ich denke mal, immer noch die Band wieder zusammenzubringen. Ja. 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 Chat ist auch die Band wieder zusammenzubringen. Ja. Jubi. Endlich einer, der das auch zugibt. Ich fühle mich nicht mehr alleine. Das fühlt sich gut an. Okay, was man hier jetzt gerade gesehen hat mit dem Damage Boost ist, wenn er halt von irgendwas getroffen wird, kriegt er halt ein paar Instability Frames. Das heißt, er kann sich dann einfach so weiter bewegen. Und er kann das hier auch ziemlich ausnutzen, wenn er stirbt. Ich hab ihn jetzt auch gerade eben ganz gut gesehen. Warum hat das Spiel heutzutage Farben? Äh. Wow. Warum hat das Spiel Farben? Warum nicht? Es gibt mehrere Versionen von dem Spiel. Und wahrscheinlich kennst du eine andere Version davon. Ja, wir spielen jetzt hier die NES-Version. Ja. Und rudimentäre Farben gab es schon auf der NES. Keine Angst. Das ist wirklich so. Oh, schön. Damage Boost. Er hat jemand auf sich Schaden genommen, damit jemand irgendwie Stacheln rennen kann. Das war wirklich cool. Er hat doch... Ich muss sagen, er hat unglaublich lange diese Invincibility. Ja. Also Unsterblichkeit. Nach dem Hit... Drei Sekunden? Vier? Puh, vier locker. Das ist halt krass. Ja. Ja. Worts Weiß auf dem Gameboy. Ist Gameboy nicht A50 Shades of Green? Warum ist da alles so blau? Weil das die Blues Brothers sind. Oh Gott, für den gehe ich mich echt schämen. Ja. Und Tyve. Das war's. Das war's. Ähm, okay. Das... Ja. Welcome to the band. Ah, okay. You're in the band. Huhu. Oh mein Gott. That game. Schön war's. Das war's. Also Weser. Ja. Pirate an Flachwitzen pro Minute. Nein, nicht pro Minute. Pro Sekunde. Die war so groß. Downey wäre stolz auf dich. Das heißt ja nicht umsonst FPS, oder? Das war's. Oh wow. Das war's. Und da.